Es gibt viele Studiengänge, aber die wenigsten werden wirklich gut bezahlt und da ist die Polizei natürlich eine Ausnahme. Hier kriegst du schon im Studium eine sehr gute Besoldung und du stellst dir wahrscheinlich zu Recht die Frage, wo verdient man eigentlich was? Denn wir haben 16 verschiedene Dienstherren, dementsprechend unterscheidet sich das natürlich auch. Und wenn du es herausfinden möchtest, dann müsstest du erstmal die Besoldungstabellen herausfinden, du müsstest sie vergleichen. Auch mit der Krankenversicherung musst du aufpassen, als Beamter ist das speziell. Und du solltest natürlich noch herausfinden, wie viel bleibt netto effektiv übrig. Du siehst, das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, aber ich kann dich beruhigen, das alles habe ich schon für dich gemacht und das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Wichtig beim Vergleich zu wissen ist, dass wir uns jetzt die Bruttogehälter anschauen, weil netto ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem in welcher Lebenssituation du bist. Aber wenn du einen ungefähren Anhaltspunkt haben möchtest, dann musst du ungefähr 40 bis 50 Euro abziehen, dann weißt du ungefähr, was du netto verdienst. Soweit aber erstmal zur Vorab-Info, lass uns direkt mal rein starten in den Besoldungsvergleich. Was du hier schön auf meinem iPad zählen kannst, ist der Besoldungsvergleich für die Polizei 2022 und 2023. Das kann man einfach jetzt schon sagen, weil die Besoldungstabellen, die haben natürlich immer mehrere Monate Daseinsberechtigung. Das wird natürlich regelmäßig nachverhandelt. Aber was wir hier ganz frisch genommen haben, sind die Besoldungstabellen, die dann auch noch ins nächste Jahr reingelten. Und was ich hier genommen habe, ist Anwärterbezüge gehobener Dienst. Ich habe das ganz bewusst in Anführungszeichen gemacht, weil gehobener Dienst heißt natürlich nicht überall gehobener Dienst. Also mittlerweile gibt es auch Bezeichnungen wie zum Beispiel dritte Qualifikationsebene und noch viele weitere, weil das tut man nicht immer klassisch gehobener Dienst nennen. Aber wenn man vom gehobenen Dienst spricht, dann meint man damit, du hast Abitur und du machst ein Studium bei der Polizei. Das ist der gehobene Dienst. Und im gehobenen Dienst ist es so, dass du ein A9 erstmal rein startest. A9, das wäre die Besoldungsgruppe, die du hast, wenn du mit der Polizei fertig bist. Besoldungsgruppen generell zu verstehen, ist eine wichtige Sache als Polizist. Da kann ich dir dieses Video empfehlen, wo es um die Besoldungsgruppen allgemein geht, wie du die verstehen kannst. Und wenn du jetzt im Studium bist und nach dem Studium A9 werden würdest, dann bist du logischerweise im Studium ein Anwärter auf A9. Das bedeutet, du gehst sozusagen auf A9 zu, das ist dann ein Einstiegsamt und du tust es quasi, ja bist einfach Anwärter und das ist dann quasi dein Ziel. Das heißt, wenn wir das Ganze vergleichen wollen, müssen wir uns die Besoldungstabelle anschauen für den Anwärter A9. Und das habe ich mit den gelben Balken hier gemacht. Das kannst du schön in der Legende sehen. Das ist Grundgehalt Anwärter A9. Und auf der anderen Seite habe ich noch das Thema Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt. Das ist schon eine speziellere Thematik. Da kannst du nicht einfach sagen, ich google jetzt mal oder hier gibt es eine Liste. Da brauchst du ein bisschen spezielleres Wissen im Bereich Krankenversicherung. Aber vereinfacht gesagt ist es so, es gibt Länder mit freier Heilfürsorge, gesetzlich Krankenversicherung und Länder mit Beihilfe. Das ist dann quasi direkt private Krankenversicherung. Und wenn du direkt die private Krankenversicherung hast, dann musst du ein bisschen mehr zahlen, als wenn du freie Heilfürsorge hast. Habe ich übrigens auch mal ein spannendes Video dazu gemacht. Das kann ich dir sehr empfehlen, denn das ist ein wichtiges Thema. Aber das ist hier schon berücksichtigt. Also du musst das nicht im Detail nochmal recherchieren. Denn der silberne Balken ist bereits abzüglich der Krankenversicherungsbeiträge. Das heißt, das einzige, was du hier jetzt noch abziehen müsstest, wäre deine Lohnsteuer. Und das sind ungefähr 40 bis 50 Euro. Und dann hast du schon eine sehr, sehr genaue Zahl, wie viel auch effektiv im Geldbeutel bei dir landet. Also nach Steuern und nach Krankenversicherungsbeiträgen. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die einzelnen Balken werfen, dann kannst du schon mal sehr schön sehen, dass natürlich die allermeisten Dienstherren sehr nah beieinander sind. Aber es gibt einen Dienstherr, der ist hier wirklich weit ab von allen anderen. Aber auch hier ganz links können wir sehen, es gibt auch einen von den anderen Dienstherren. Der hat auch deutlich überdurchschnittlich. Und dementsprechend natürlich haben wir auch letzte Plätze, die in dem Fall nicht arg weit weg sind. Aber nichtsdestotrotz hast du damit ein paar Euros weniger zu rechnen. Das sind einmal die Länder Niedersachsen, Saarland und Hessen. Bei Hessen muss ich sagen, da hat es mich nicht überrascht. Die haben auch schon in den anderen Besoldungsvergleichen nicht so gut abgeschnitten. Was mich aber definitiv überrascht hat, war Niedersachsen, dass die in dem Fall sogar den letzten Platz belegen. Das hat mich wirklich überrascht. Beim Saarland, sage ich mal, die waren schon immer ungefähr auf diesem Platz. Aber das ist natürlich auch immer relativ zu betrachten. Weil man muss natürlich auch die Lebenshaltungskosten noch in Relation nehmen. Das ist natürlich in Sachen Komplexität nochmal ein ganz anderes Kaliber. Habe ich dir bei diesem Thema hier erspart. Aber wenn du auch mal wissen möchtest, wie das ist in Relation zu den Mietpreisen etc., da kann ich dir übrigens diesen Vergleich noch empfehlen. Da haben wir bereits die Besoldungsgruppe A9 verglichen. Was übrigens auch sehr wichtig ist, wenn du mit der Polizei fertig bist. Weil du bist ja nur drei Jahre Anwärter A9 und die ganzen restlichen Jahren bist du ja sozusagen normal. Dementsprechend solltest du dich definitiv auch damit beschäftigen. Aber um bei den Anwärtern zu bleiben, die letzten drei Plätze sind in dem Fall Niedersachsen, Saarland und Hessen. Und wir haben natürlich ein sehr, sehr breites Mittelfeld. Da fallen dann zum Beispiel die Länder rein, die wir hier sehr schön sehen können. Das ist Bremen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Brandenburg, NRW, Berlin. Was wir hier haben und wir haben auf der anderen Seite hier auch noch Baden-Württemberg, Hamburg und wir haben ganz links Sachsen-Anhalt und natürlich Schleswig-Holstein. Die befinden sich ziemlich genau im Mittelfeld in einer Range von 50 bis 60 Euro. Das heißt, es macht schon hier auch vereinzelt einen Unterschied. Aber auf diese kleinen Feinheiten wollen wir nicht eingehen. Das, was wirklich interessant ist, sind die Dienstherren, die hier am besten vergüten. Denn da haben wir auf jeden Fall schon einen, der hebt sich nochmal deutlich vom Mittelfeld ab, der in unserem Fall den Platz 3 belegt. Das ist Sachsen. Sachsen ist generell immer sehr hoch im Kurs. Also auch nach der Ausbildung zahlen die sehr gut. Also Sachsen, muss ich sagen, ist, was das Gehalt angeht, wirklich gut aufgestellt. Und auf dem zweiten Platz, das hat mich nicht gewundert, ist die Bundespolizei. Denn die Bundespolizei zahlt auch in den normalen Gehältern deutlich überdurchschnittlich. Und da können wir sehr schön sehen, dass die Bundespolizei nochmal hier im Grundgehalt 130 Euro mehr zahlt. Also das ist definitiv sehr gut. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass du bei der Bundespolizei in aller Regel deutlich längere Fahrzeiten auf dich nehmen musst. Dass du auch in der Ausbildung sehr oft umziehen musst. Deswegen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Das müsste man eigentlich nochmal relativieren. Aber wenn man mal rein faktisch sieht, dann ist die Bundespolizei hier deutlich überdurchschnittlich aufgestellt. Im Vergleich zu den Ländern. Aber es gibt ein Land, das ist hier wirklich nochmal mit Abstand zu den anderen auch viel besser als die Bundespolizei. Und das ist Bayern. Bayern ist hier wirklich sehr, sehr überdurchschnittlich. Und das Coole in Bayern ist, dass Polizeibeamte hier eine Sonderposition haben in der Ausbildung. Am Anfang ist das ganz normal wie bei den anderen Ländern auch. Du startest als Anwärter in A9. Das würde bedeuten, wenn es nur diesen Fall gäbe, dann hättest du 1.381 Euro zur Verfügung. Dann wärst du ganz knapp unter Sachsen, aber praktisch gleich auf mit Sachsen. Aber nach einem Jahr, und das ist das Coole, gibt es hier eine Sonderposition. Und diese Sonderposition, die nennt sich abgekürzt POW. Das ist der Polizeioberwachtmeister oder Wachtmeisterin. Und das Coole hier ist, dass der Polizeioberwachtmeister die Position A5 hat. Also die Besoldungsgruppe A5. Und das ist nochmal deutlich mehr als der Anwärter in A9. Und das ist dann eben sehr cool, weil du nach dem ersten Jahr schon mit A5 vergütet wirst. Und hier bist du schon im Netto dann bei 2.000, 2.100, 2.200. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das habe ich anteilsmäßig nochmal auf den Anwärter A7 runtergerechnet. Für die Zeit der Ausbildung, wo du eben A5 bist. Und wenn man das hier berücksichtigt, da muss man einfach sagen, Bayern ist wirklich mit Abstand der am besten bezahlendste Dienstherrn, den du haben kannst. Soweit mal rein zu den Fakten. Eine Sache ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Vielleicht schaust du dieses Video an, weil du überlegst zur Polizei zu gehen. Dann solltest du auf jeden Fall natürlich nicht nur das Gehalt dir anschauen. Weil wenn man rein mal das sich anschaut, dann müsste man eigentlich sagen, wir gehen alle nur noch nach Bayern, weil die so gut bezahlen. Aber Polizei ist natürlich eine sehr wichtige Entscheidung, wo du hingehst. Und du musst natürlich überlegen, dass du dann auch in das jeweilige Land ziehen musst, dass du dort leben musst. Und ein Dienstherrenwechsel innerhalb der Bundesrepublik ist nicht einfach. Das kann viele, viele Jahre dauern. Das kann vielleicht sogar niemals funktionieren. Dementsprechend kann ich dir nur sagen, wenn du jetzt nicht gerade in Baden-Württemberg an der Grenze zu Bayern lebst, sondern hier wirklich einen längeren Umzug auf dich nehmen musst, überlegst dir gut zweimal, ob du dann nach Bayern nur wegen dem Gehalt ziehen musst. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Finanzkorb Kai Buczynski.